In diesem Video seht Ihr, wie Ihr bei Eurem Samsung Galaxy J5 die Vodafone SIM-Karte einlegt. Zunächst dreht Ihr das Gerät um. An der linken Seite des Gehäuses ist eine kleine Einkerbung, an der Ihr die Abdeckung entfernen könnt. Entnehmt nun den Akku, indem Ihr an der Aussparung unter dem Akku ansetzt. Auf der rechten Seite befinden sich die Kartensteckplätze für eine MicroSD-Karte und für Eure Vodafone SIM-Karte. Schiebt Eure MicroSIM wie abgebildet mit den Kontakten nach unten und der abgeschrägten Ecke nach rechts vollständig in das Fach. Beachtet beim Wiedereinsetzen des Akkus die Position der Kontakte. Legt danach die Abdeckung wieder auf und drückt sie an den Rändern fest an. Schaltet Euer Gerät ein und wartet bis es hochgefahren ist. Entsperrt anschließend die SIM-Karte mit der PIN und bestätigt mit OK. Viel Spaß mit Eurem Samsung Galaxy J5 wünscht Euch Vodafone!